warum kommen wir jetzt hier kommen wir nicht hoch hier kommen wir ganz ehrlich nein nein hier war irgendwo noch nur egal wir werden anders nicht hochgekommen ich bin jetzt die spinnen sind so richtig nervig hier danke schön dass wir dich nicht geschlagen natürlich lande ich immer in den spinnnetzen drin ich bin zu hoch ich bin schon mal draußen ich komme auch ich habe meinen ausgang gemacht klar sicher was sonst weißt dass du die ganzen facken dadurch jetzt weg macht sogar wieder darunter aus dem habe ich doch dann dort ein loch abgebaut vogel am dinger nehmen das ist so geil da noch mal rein ja ja ich wollte das ding auch aus mach mal viel spaß wenn dann will ich alle haben verdammte scheiße wo wollen wir das hinsetzen jetzt hier vorne an die band ich würde das unten hinsetzen unten wo das öl ist ich würde das nicht hinsetzen ja aber hier oben sind wir häufiger ja dann würde ich hier oben nur die terminates hinpacken wo ich jetzt gerade mal die trüe hingestellt habe ungefähr oder da hinten hin aber das sind halt weite wege na ja wir machen das eher hier drin ja weil ich unten definitiv dann das hinsetzen werde das mit der cpu mehr jump boosting aber gleich weil wir können ja hier vorne das ding mit dem das ist doch viel zu hoch egal passt doch von der höhe sugar und vibrant glas sugar macht die spinnen wir fehlen die kann ich eigentlich direkt verballern und den sugar kann ich auch reinhauen das wird das was serien und das war der zuckerschock genau was denn deine lache kann schon nichts gutes heißen 12 22 22 ist irgendwo ist irgendwo die ganze der zombie öffnet und muss da irgendwas drunter sein jetzt haben wir auch nicht ohne sonst komischen geräusche ha ha kriegt mich sowieso nicht kriegt mich sowieso nicht aber das können wir sind dass wir auf welcher sind es auf welcher seite bist du gegangen damit diesen dirt kipp explodiert du fackert wir haben hier noch 17 energy zählt mit 100 prozent in der kniefe guck mal in meine kiste rein da sind sogar noch zehn drinnen fusion wohl in die disketten ne du affe wir haben da 11 t generatoren drin drei solar generatoren nehm ich einen ansprung zwei hardener energy zählt fack warte fack jolo ein solar generator und würde ich nehmen dann kann ich unten produzieren die brennt alles das war ich diesmal nicht das war der wäser ne der hat alles angezündet so man diese scheiß wein centus hätte ich einen schönen weg bauen können weißt du doch anders kann ich das noch musst du die ganzen geht gar nicht ich sterbe fast terminate damit genommen hat es determiniert ja für die musketten da in die tun die tun nicht die tun eingestellt habe das ist tschüss 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 ich kann schon wieder keine festplatten mitnehmen das ist so extrem mit den festplatten ja warum überhaupt so viele wir haben nur ein me ja deswegen ja komm ich lass sie dir jetzt drei mitgenommen ja aber nicht dass du jetzt welche verschwindet nein das hat drei stück mitgenommen bock der körper fängt dich da ins knie ganz fest jo mini chief skelett alles klar tschüss 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 Spinne, ihr könnt mir richtig mal irgendwo am Arsch lutschen. Bock auf euch. Resonant Ender Bucket, brauchen wir das eigentlich? Ja. Definitiv Ender Bucket immer drin lassen. Für, ähm, Entridium. Aber ich nehm nur Reward Bag. Ah, Spinnen. Die Pick Bag. Alter. Yolo. Eine MB4K-Storage. Da ist was drin. Ja, ich kann grad mich auf nix konzentrieren, Centrus. Ich hör dir grad so minimal gar nicht zu. Ich sterb fast, das ist viel schlimmer. Oh mein Gott. Macht's ein Level. Aber... 32.000 Slime-Bälle. Was? Verarscht mich jetzt grade. 32.000 Slime-Bälle. Warte mal, dass eine Spinnen jetzt das ganze da rausnehmen und die Coins kannst du eigentlich auch rausnehmen. Muss ja ich eigentlich... Stimic System Machine. Hoser. 112. Äh... Gunpowder ist da drin. Wtf. Guck du erstmal was in der Polytool drin ist. Oder bei der Polytool Quest. Ah, ich pack hier noch welche hin. Gleiche Kabel hab ich hier noch. Polytool, ähm... Ah, da gibt's sogar diese Maschine. Okay. Klein Reward. Reward Pack, ne? War noch ne Quest... Ah, jetzt kommt die Chemie Kalien Quest. Wtf. Jetzt fängt das an. Hell and Nightmares. Okay, dann kannst du dich eigentlich um Hell and Nightmares kümmern. Ich kümmere mich um die Chemie Kalien Quest. Die da ist. Daher müssten sie doch schon registriert haben, oder nicht? Mist Journal. Hm, ich kümmere mich darum. Ja. Ich kümmere mich darum. Hell and Nightmare. Ich glaub das ist Nether, ne? Kann sein. Und eine 4k Stowage. Und eine 4k Stowage. Was ist noch dazu gekommen? Äh... Was ist dazugekommen? 385... 39... 1034... Ich muss ja eben die Festplatten rausnehmen. Oder guck... bleibt mal eben drauf. Warte mal. Hat sich was verändert? Ja, irgendwas ist grad weggegangen. Guck mal jetzt. 6... 32.000. Was ist alles? Was ist denn dazugekommen? 32.000 Sticks. Ah, okay. Joa, Yolo, ne? Okay. Warte mal. Hell and Nightmare. Ist das jetzt nicht das? Ne, minus. Hell and Nightmare. Ja. Yolo, komm. 100 Strings. Es kann zu Penn gehen, dann geh ich runter. Geh ich raus, dann geh ich auf die Nachschaft. Moment. Ich bin zur Vollzucht. Ich nehm lieber meine Jampoos noch. Oh, das Bett ist ja geil. Du liegst richtig drin. Das Modpack bringt mehr und mehr Spaß. Ja. Weil man jetzt einfach durchzieht. Ich hab ein Buch bekommen, okay. Ich auch. Achso, das Chemikal-Ding, ja. Ja. Okay. Können wir nicht mit dem IQ rein, Quest. Zumal aber so, müssen wir die andere Map holen und da die Bücher wieder entsorgen. Wo wir vorher auch entsorgt haben. Dazu brauche ich ein Glas und ein Book. Haben wir noch ein Book? Ich weiß nicht, aber du hast noch Coins, ne? Äh, nein. Okay. Ich hab keine Coins. Okay. Also du hast noch eine Quest abgeschossen, von wem ich nicht weiß. So. Achso, ein Leder. Ich hab's eigentlich genommen. Gab's das Ender-Bucket oder Reward-Pack? Ne, ne, ich hab Reward-Pack. Da war die ganzen Sticks drin. Ja. Und Spielen zu machen, mit den Coins zusammen. Naja. Ähm. Tschüss. Tschüss. Die sterben. Man sterbt ja nicht, wenn man auf den Wolken landet. War ja so, ne? Mal nicht. Wird's aber auch nicht so krass ausprobieren. Nö, passiert nichts. Du wirst so gut abgefedert. Mein Bein tut wie he he. Och. Fuck. Oh shit. Ja, ich hab noch was zuerst ins Arbeid ist. Mein Bein tut weh. Freude. Ich sag's. Tamm. Massimo, To hobo. Ich muss mit mit mit... Ja, noch was... Herr weiß ich nun. Da istでも... was ich andś kann needle. Vielen Dank.